Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zurück bei Nerdshaven! Ich bin's Dr.Nerd! Irgendwas ist hier anders. Was ist eigentlich mit meinem Studio passiert? Das ist sehr strange. Ich muss mir das mal genauer angucken. Was ist hier eigentlich passiert? Cool sieht's ja aus, aber was hat hier Ronny mit dem Studio gemacht? Und wo zur Hölle ist hier der Ausgang? Da! Oh, das sieht gut aus. Das erinnert mich an was. Musik 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 Das war's für heute. Eine Minute, 37 Sekunden später. Die 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 Minute, 37 Sekunden später. Oh 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 Was ist denn hier schon wie Ich glaube irgendwas war schlecht Ich glaube das lasse ich Ronny über Der kann das glaube ich besser und was ist hier eigentlich schon wieder los Ich glaube du kommst rum und gehst noch ein bisschen rum Achso Du kommst rum und gehst noch ein bisschen rum Ich komm rum Ja Ja Du musst jetzt hier so Hup Scheiße Scheiße Okay perfekt Okay perfekt So dann nochmal nachladen jetzt müssen wir Matze abschießen Und dann schmeißt du dich hin Zwei Zwei Eins Feuer Ende